Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch mal ein etwas ungewöhnliches Produkt und zwar nicht diese Fernbedienung, die man von Hörmann kennt, das ist aus der Eco-Serie, die man in vielen Baumärkten findet, sondern diese Fernbedienung. Die macht eigentlich genau das gleiche wie die hier nur, dass sie viel, viel weniger kostet und viel, viel, viel besser ist. Warum ist sie viel besser? Erstmal kostet sie ungefähr die Hälfte. Sie ist voll kompatibel, das heißt man kann diese hier anstatt der benutzen oder zusammen mit der oder zwei von denen und da von einer oder umgekehrt. Man kann die kombinieren, wie man möchte. Hörmann streitet das ab im Support. Sie sagen nein, man kann nur Original nutzen, die geht hundertprozentig. Ich habe davon zwei Stück im Einsatz und sie fühlt sich viel, viel hochwertiger an. Sie ist schwerer, ja, aber dafür auch ein bisschen kleiner und die Reichweite ist unglaublich. Ich habe euch mal ein kleines Skopter-Video gemacht, wo ich zeige, wie auch die Reichweite ist. Diese hier reicht gerade mal bis zu den Bäumen, bis zu den ersten, also wenn man gerade so von der Straße runterfährt. Diese hier, das ist unglaublich. Also man könnte fast meinen, wenn man den jetzt so vorschickt, drückt nach China und dann können die von China aus noch meine Garage öffnen. Supergeil. Ich habe mich über die Nachschließ. uni mich über die Nachschließung. Ich bin kurz wegzukommen, sido zulessern, welche in der Nähe zu gehen oder sie vertrellern ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.